so ist hier gerade zurück im falkenring und was ist denn ja ein drache und und auch noch und ohne was sie das ist verantwortlich für den Friedhof hier ich habe auch ein Buch das könnte mir das beibringen es gibt nichts mehr was ich euch noch lehren könnte na gut das Leben ist viel zu kurz mal hier der Drache komm mal her du ein alter Drache sogar ja der kriegt hier ein paar Feuerstürme von mir ab da ein paar mäßige Sperre verdammt komm rondo du misst mich nicht schon wieder Feuer nicht schon wieder Feuer ich habe ich habe achso ich habe gestern schauen wollte egal habe ich nur ewig getränke so doof war hier ich meine kleine Ruhe genau erländiger drache stirb so je warum warum greift alte drache hier an ich schauen wir nochmal ich habe doch bestimmt kann ich seine Seele zusätzlich noch einfangen äh Seelenfalle oh 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 okay okay lass es den Doberkingern flammwand okay ja wollt du noch stammt äh hallo breakdance attacke schaut her wie ich die hallo ich nehme mir gerade Dachensee auf ich sehe jetzt gar keinen hallo ich würde es kaum glauben hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen also war geplant hey ein ganzes Leben lang habe ich noch nie so ein Monster gesehen jetzt sagt ihr was früher mal ja in Wahrheit habe ich plötzlich wurde unter den Adel liegen der Ruf nach einem neuen Jahr so was haben wir hier alles Pfeile Pfeile trank noch ein Gold Schuppen auf laut ist er in ihren Taschen kaiserliche Septime klimperten bei den Geister ich weiß nicht was ich sagen soll in der ganzen Stadt Ohren so haha sei sehr beeindruckt von mir es ist wie in uralten Legenden Drachenblut hahaha ja fürchtet mich dem hier das Zeug gegeben ja immer noch so gute Menschen das ist mir hier es Bürger nachdem wir diesen Drachen jetzt besiegt haben hat doch bestimmt der Jahr hier was zu sagen Jahrchen Jahrchen bin dran getötet wo ist meine Belohnung ich meine da hätte jetzt auch sonst was passieren können so Servus ja Bulund spricht viel vom Krieg und den Sturmmänteln aber er weiß Bescheid besucht mich doch mal wieder vielleicht habe ich dann einen Auftrag für euch oh Kriegsrat ding 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 die Karte aktualisiert ok das ist gut das ist sehr gut Festung, Riftung, Steigen die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern äh ja wenn ihr meint ihr habt wonach wir suchen fändet ihr unser Hauptquartier in Einsamkeit Todesstoß lesen schade ich dachte das wäre was kann ich irgendwie die Augen stellen nein na gut nachdem die irgendwie nicht beeindruckt sind von mir müssen wir etwas anderes unternehmen und das wäre in diesem Fall leichte äh 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 wie du ja 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 äh journal beziehungsweise bringe ein schwarz mit secret habe ich glaube gar nicht ja ich muss den zweimal töten sogar auch nicht schlecht ich möchte mal schauen wo ich jetzt eigentlich grad bin hier ich bin in Riftung und ich habe hier noch was die letzte Schwertscheide von Akraschkos naja warum eigentlich nicht und Tür den Riesen im Lagerschlauch ähm naja ok erst mal zur Spaltschlucht und dann ab zur Festung Sonnenwacht ja da möchte ich doch einmal glatt hinreisen denn ich verreise doch so gerne ach hier wieder na gut etwas mehr nach links das heißt irgendwo da hoch müssen wir und ja renne weg von mir habe Angst vor mir ich glaub ja doch doch das du ja ich glaub wir haben ja du ja wenn du mal kommen würdest dankeschön oh mein Gott nein er möchte den Hirsch töten das können wir nicht zulassen äh Moment Stammwand nein 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 wenn dann schon Eissturm er war an sich äh huah ich sag los oh sie hat steil doch haha eine Hexe ok jetzt haben wir schon keine normalen Gegner mehr jetzt haben wir schon wieder Hexen vor uns und ich glaub ja die Lichteffekte haben so einen kleinen Batsche hier gerade naja es soll uns nicht weiter stören ähm wie komm ich denn da hoch schau mal doch mal auf dieses Schild ja das war jetzt grad wenig aussagekräftig na gut dann darf ich einfach mal hier rum ich mein irgendwo müssen wir ja hochkommen schau mal an wenn ihr schon Hexe war dann muss ich auch noch mehr sein wenn ich ja auch noch eine Mine oder so zu sein hier gibt's so viel hier gibt's einfach so viel naja irgendwie muss ich doch ich glaub ich kann nicht dass ich hier entlang muss aber egal komm mal herz hier komm mal her so späulichern komm her ja die Mietze Katze ging schnell rum äh Lydia würdest du freundlicherweise mitkommen jetzt geht's wieder ja diese Lydia Pelz und Zahn und ein Pilz noch umdrehen das ist herrlich das ist fein darum ist nichts aber ich will endlich da hochkommen sag mal wenn ich da grad voll kanne vorbei na gut einmal hier rum das dürfte auch gehen ja jetzt aber ganz schön gewackelt gerade die Welt und die Welt und stirbt oh du hast einen Schuss aus nicht schlecht versprechen das haben recht wenige Katzen vor dir geschafft damit du es nicht weiter zählst mussten wir dich leider töten anders war es nicht möglich okay wir kommen recht weit hoch herrlich ich liebe so grund äh so weitreichend aussichten und ich glaub oh ja oh ja die festung kenne ich doch die kenne ich doch irgendwer ja mo hallöchen Plünderer der abgeschworene nix gibt's wir sind verloren ja und wir verloren seit es sind auch fast ich habe die fand ich so mehrheitlich hier kommen ich löscht dich wieder wow moment ist kann ich ja auch jetzt wird es aber nur komm schon komm schon ich kriege ich na 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 ja du bist mir grad vollen weg weg nicht zurück nicht zurück nö die ja auf mensches kinder ich hoffe jetzt einfach mal zack zack oh ja in den hinteren in den hinteren das war die Formel für den Sieg oh der jetzt komm schon guck zum geiler ah da haben wir noch einen oh oh ich bin seitlich irgendwie amt ich treffe aber auch gar nix irgendwie ja das war ein treffer no lydia du schaust recht eingeschlagen aus ja von da oben kommt der feigling guck mal her Duell äh hallo wovon ah da oben war komm her du dich dich kriegen wir zu zweit schießen wir dich ab genau stirb endlich oh 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 fatality die muss ich mir anschauen sonst haben wir kein gegner mehr nein oh yeah oh yeah irgendwie sehe ich nicht wo ich ihn getroffen habe schade richtig schade eigentlich drum da haben diese lichteffekte die nerven mich schon so ein bisschen ich glaube nach der aufnahme muss ich da ein paar justierungen vornehmen so und hier soll es eine scheide sein dann bin ich mal gespannt aber zwar mal wieder erst mal kurz die ganzen leute hier auskumpen wo immer die eigentlich auch waren ich glaube eine weile drüben noch und die fünf jungen pfeil die wir jetzt gerade verballstet haben ja ja da geht es nicht mehr so gut ja jetzt auch noch mitnehmen oder fällt mein objekte die kleidung richtig jetzt haben wir das was wir brauchen nur pfeil nehmen kommt da steckt nirgends alle drin schade aber hier müsste noch eigentlich millionen pfeil in diesen leuten stecken oh ja oh ja sogar richtig viele der auch und ich glaube hier habe ich noch einen mitten rein gepfeffert ich wäre hier gestanden ja der ist schon wieder weg schade aber zumindest sagen von den leuten noch hier oh mein gott schon voll es ja gar nicht das und ich bin nicht mal drinnen aber wenn ich mir vor mit laussagen wenn du so freundlich wärst ich hätte so ein bisschen was was mir abnehmen könntest na okay geht ihr voran das hatte ich auch vor jetzt schauen wir noch mal kurz auf den turm drauf auf dem nichts ist wie wir sehen konnten konnten sie nichts sehen ach ja wie ihr es schon gesehen habt die lüdie hat jetzt einen schickeren helm auf der kam ist ja noch nichts aber ich bin gerade überlegen ob ich hier nicht vielleicht so wie mir so eine drachen rüstung zusammen basteln soll ich glaube doch doch das ist das hätte was ist der richtige stil das könnte ich eigentlich aufs gehen dann so ein bisschen machen oh ja ich habe eine beschäftigung von nachher weil neben salz nehmen okay wo müssen wir rein hier müssen wir rein dazu nehmen wir jetzt aber irgendwie schon wieder vorbei eissturm den brauche ich genau damit rein in die festung sonnwacht denn lang genug haben wir draußen geschnetzelt halbüchen wie hier ist keiner drin hä ich habe gedacht das festung und noch viel mehr leute hallo ok hier ist tatsächlich niemand ich habe ein bisschen was biografie nö schränke nö hier ist das ist jetzt so so leicht enttäuscht ich meine ok sie haben süßkuchen kuchen aber hä ich hätte es eigentliche weil das hier 5 millionen leute sind mischtaktik einfach mal mitnehmen mit die menge drohen zwei kamen oh gott ist das ja millionen sachen drin es ist dietrich gold ähm haben wir hier irgendwas interessantes nur gold nein nein da auch nicht da auch nicht da auch nicht hm na gut dann essenbar nehmen und hier ist die scheide ok ich habe das buch genommen wo muss ich jetzt damit hin aktueller standort ich will hier ein riesen ähm hier hin das war nur eine statue kischen schreien jemanden retten töten 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 ein exemplar der akademie heim vom winterfest mal wieder irgendwie stil stappbarkei macht für malus in den schreien sturmhändel lasst dir das kopfgeld geben sprich mit aventus aratis ich glaube aventus aratis war auch der von dem wir was brauchten und irgendwelche edelsteine das dir das kopfgeld geben doch ich glaube da hätte sturmhändel ich glaube wir müssen hier nach ähm windhelm zurück das kann ich mir das gut vorstellen aber davor müssen wir jetzt mal hier hoch gucken äh hallo nur wieder was nach dem ist das rand was auch ach wegen der aussicht ja doch doch die ist wunderschön die hat was wenn nicht diese komischen grafik fähler hier wären dumm festung schreit schreien also gibt es hier doch und schreien okay schreien von generat alles gehalt alles gut und hier einbeis um jungs ach da ich habe kaum noch was irgendwo in die statule weise haben wir wohl hier drinnen es ist es ist kalt granat und robin ja yippie ich bin reich aber irgendwie da kann ich hier so wenig los irgendwie ist sogar ich ist denen irgendwie die idee hier ausgegangen was man so schnell reinpacken kann ich mein zumindest gegen den sie noch ein machen können aber so ist es ja naja naja vielleicht vielleicht demnig wollte ich schon sagen ich doch was gehört ist ja eventuell doch noch was neben gebäude oben schauen wir uns neben gebäude rein hallo hallo hier ist so viel wie man da alles schön hier ist ist nun ist jemand Gold kann man mitnehmen ich habe mir den käse geklaut ich habe mir das alles schön und gut aber warum ist das alles hier wenn hier niemand da ist und ab nach himmelsrand wieder na gut oh na ok schmieden es ist gar nicht mal so unschlecht hier ich meine der wo ihr arbeit hat auch eine schöne aussicht können wir das vielleicht besitzen sogar eventuell wie wie dir ist langweilig oh wie dir ist langweilig ok dann müssen wir hier ganz schnell noch den riesen töten ich weiß nicht warum aber oh gott komm tun wir es einfach mal genau den hier 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 hier